Hey, hallo allerseits, ich bin Fando, ich spiele Gems of War und heute stelle ich euch Tina vor. Ja, Tina ist nicht etwa meine neue Freundin, naja vielleicht ein bisschen. Tina ist eine mythische Figur, sie heißt eigentlich Tina 9000 und sie gehört bestimmt zu den 10 Besten, vielleicht sogar zu den 5 Besten Einheiten des gesamten Spiels. Tina ist Teslas neue innovative Artillerie. Schön. Ja, was macht Tina so besonders? Ich finde, dass Tina erstmal unheimlich flexibel ist und dazu dann auch noch unheimlich viel Schaden macht. Gucken wir es uns mal in Ruhe an. Fangen wir an mit dem Zauber, der Blitzangriff. Tina fügt drei zufälligen Feinden 27 bis 54 Waren Schaden zu und erhält dabei auch noch 54 Rüstung. Wahrer Schaden geht ja direkt auf die Lebenspunkte, das heißt die Rüstung des Gegners spielt keine Rolle, sind die Lebenspunkte auf 0, 0 ist der Gegner besiegt, also natürlich viel heftiger als der normale Schaden. Und da fügt sie drei zufälligen Feinden diesen Schaden zu. Das kann natürlich dreimal derselbe Feind sein, das kann aber auch dreimal ein komplett anderer Gegner sein. Das ist eine Menge Schaden, wenn man mal überlegt, man hat vielleicht selbst nur 60 Lebenspunkte, Tina selbst hat nur 53. Das heißt mit einem Schuss kann man, wenn man ein wenig Glück hat, einen Gegner komplett töten. Und dann fügt man diesen Schaden halt auch noch drei Gegnern zu, drei zufälligen Feinden. Also damit kann man die Reihen schon mächtig durchpflügen. Also eine sehr, sehr starke Angriffsmaschine, diese Tina. Und sie erhält halt auch noch Rüstung. Und da sie diese Rüstung bei jedem Zauber erhält, heißt das, dass sie bis ins, naja, nicht Unendliche, weil die höchste Zahl ist 1000, die man erreichen kann. Sie kann also bis zum Wert von 1000 theoretisch ihre Rüstung nach oben steigern. Ich finde das ist ja prinzipiell ein sehr starkes Element, wenn Werte sich nach oben verändern können. Das kann man ja eigentlich fast automatisch dann schon benutzen in einem guten Team, wenn man das gut zusammengestellt hat, dass man davon noch weiter profitieren kann. Wie dem auch immer sei, sie kriegt halt diese starke Rüstung zusätzlich zu dem heftigen Schaden. Und wir gucken uns jetzt mal die Eigenschaften von Tina an. Die erste Eigenschaft ist ja meistens nicht so stark. Und bei Tina ist das aber eine Eigenschaft, die ganz brauchbar ist, wenngleich natürlich auch jetzt nicht weltbewegend. Sie erhält zwei Rüstung. Wenn man eine Reihe von vier oder fünf Edelsteinen oder Schädeln kriegt, dann kriegt sie jeweils zwei Rüstung dazu. Kann man gut gebrauchen, dann skaliert ihr Rüstungswert eben noch weiter nach oben. Dann hat sie als zweite Eigenschaft, reduziere den Schaden durch Zauber, also durch Zaubersprüche, nicht durch Schädel natürlich, um 50%. Das finde ich sehr, sehr stark. Ein Gegner spricht ein Zauber, der 100 Schaden macht und Tina kriegt dann davon nur 50 ab. Sehr stark, ein sehr starker Schutz. Ja, ist doch schon mal was. Und gucken wir uns dann noch die dritte Eigenschaft an. Dann füge dem Schädelschaden 50% meiner Rüstung hinzu. Also wenn Tina selbst Schädelschaden macht, das macht sie natürlich meistens an Position 1, bin mir jetzt nicht sicher, ob ich sie an Position 1 stellen würde, aber gut. Sagen wir, sie ist an Position 2 und meine erste Einheit an Position 1 ist schon draufgegangen. Dann macht sie jetzt den Schädelschaden und sie fügt eben zu diesem Schädelschaden nochmal 50% der Rüstung hinzu. Hat sie inzwischen vielleicht ein Rüstungswert von 200, dann kommt eben 100 Schaden noch dazu. Sehr, sehr stark. Also Tina macht richtig Schaden. Okay, wir wissen jetzt, Tina macht viel Schaden. Tinas Rüstungswert steigt nach oben. Das müssen wir irgendwie ausnutzen, wie kann ich ein Team zusammenbauen. Es gibt ja Einheiten, die davon profitieren, dass der Rüstungswert hoch ist. Auch bei anderen. Zum Beispiel, und das steht ja hier schon, Teslas innovative neue Artillerie. Zum Beispiel Tesla. Tesla ist eine Einheit, die verursacht 8 wahren Streuschaden. Naja, das ist schlecht, aber verstärkt durch die Rüstung aller Verbündete und Feinde. Also, Tina ist eine Verbündete. Wenn deren Rüstung auf 200 ist, dann heißt es, dass sie normalerweise 200 Schaden mehr macht, aber wir haben hier eine Verstärkungsrate von 4 zu 1. Das heißt, man muss den Wert nochmal durch 4 teilen. Dann kommen also nur 50 Schaden dazu. Aber dass überhaupt noch mehr Schaden dazu kommt und der auch skaliert mit Rüstung, das ist schon stark. Stellen wir uns mal vor, die Gegner sind sehr hoch in einem sehr hohen Level und haben auch sehr hohe Werte, also auch hohe Rüstungswerte. Nehmen wir mal an, die Gegner haben zusammen jeweils 200, 800 Rüstung. Dann würde das bedeuten, dass 200 Schaden dazu kommt. Dazu noch die Rüstung von den Verbündeten. Also Tesla kann auch so richtig Schaden machen, wenn sie dann Gegner hat, die hohen Rüstungswert haben oder in einem Team Verbündete hat, die einen hohen Rüstungswert haben. Ja, das war der Wink mit dem Zaunfall, weil Tina ja ihre Rüstung immer stärker gemacht bekommt. Das heißt, die beiden sind ein super Duo. Ich stelle mal ein Team zusammen. Tina, habe ich das schon genannt. Da ist Tina und Tesla schon drin. Die zwei anderen Positionen überlegen wir uns jetzt zusammen, aber Tina und Tesla zusammen in einem Team. Das ist schon mal eine super Kombi. So, dann überlegen wir uns, ich will meinen Helden noch dabei haben. Was fehlt mir denn noch? Also ich habe eine Einheit, die sich schützt und selbst sehr viel Schaden macht und Tesla noch eine Einheit, die sehr viel Schaden macht. Ich brauche nicht noch mehr Schaden. Was ich jetzt brauche, ist Mana. Ich muss dafür sorgen, dass Tina so schnell wie möglich voll wird. Und das kann ich durch zwei verschiedene Dinge. Ich spreche jetzt erst mal nur von der einen Sache, nämlich ihr Mana geben, natürlich so schnell wie möglich. Und das schaffe ich über eine Waffe, die dafür prädestiniert ist. Das ist natürlich der Bergzermalma. Der Bergzermalma lässt ja braune Edelsteine explodieren. Explodieren heißt ja, alle Edelsteine um diesen braunen Edelstein herum explodieren auch und man kriegt davon 50% des Manas. Also das ist meine Nummer 1. Und als vierte Figur muss ich mir jetzt noch etwas überlegen. Und da weiß ich, habe ich jetzt erst mal keine Idee. Man könnte vielleicht sich überlegen, was ist Tina für eine Einheit? Sie ist ein Mech, also eine mechanische Einheit. Vielleicht kann man da eine Synergie erzeugen, indem ich mir mal angucke, was es noch sonst für mechanische Einheiten gibt. Moment, wo steht denn das? Öp, 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 öp. Achso, nicht unter Waffen, sondern Einheiten. Sehr schlau. Okay, Einheitstypen. Mechanisch. Da, Mech. Bergzermalma rausnehmen und nochmal. Jetzt haben wir es Mech. Die hier kommen alle in Frage. Die ordne ich mal kurz nach Basisseltenheit. Tina ganz oben. Lässt 10 Edelsteine explodieren, erhält Rüstung selbst. Brauche ich eigentlich nicht. Ich will ja davon profitieren, dass Tina Rüstung macht. Wenn ich mir das jetzt angucke, fällt mir nichts auf. Urwerkritter, erhält auch Selbstrüstung und verwandelt Edelsteine. Also macht auch Mana. Wäre vielleicht eine Idee. Urwerk Sphinx zerstört alle Edelsteine einer gewählten Farbe. Zerstören heißt, man bekommt diese Farbe gutgeschrieben, 1 zu 1 als Mana und gibt allen Verbündeten 21 Rüstung. Moment, allen Verbündeten bedeutet, Tina, Tesla, sie selbst und der Bergzermalma kriegen 21 Rüstung dazu. Und wenn ich weiß, dass Tesla ja davon profitiert, dass alle Verbündeten eine hohe Rüstung haben, dann würde sie da super reinpassen. Die Frage ist, für mich jetzt kriege ich sie auch voll. Sie kostet nur oder sie braucht nur 12 Mana. Ich probiere das mal. Ich rekrutiere die Urwerk Sphinx noch dazu. Das wäre das Team. Zwei Mechs, dann Tesla als Mensch, der aber davon profitiert, dass der Rüstungswert hoch ist und der Bergzermalma. Wo teste ich die Teams immer? Entweder ich gehe ins PvP oder mir eigentlich noch lieber. Ich gehe ins Erkunden und spiele Level 12 Erkunden und schaue mal gegen die heftigen Gegner, ob es da Stand hält. Wahrscheinlich hält das Team da auch Stand, aber für diese ganz hohen Gegner macht Tina, trotz dass sie so viel Schaden macht, vielleicht doch zu wenig. Wir gucken es uns mal an. Und dann gehe ich dann noch mal ins PvP auch und gucke das an. Aber wie ihr Tina verwendet, habe ich glaube ich jetzt soweit erklärt. Waren Schaden führt sie aus. Die Klasse fehlt noch. Da will ich eine Klasse nehmen, die mich schützt. Das wäre natürlich in erster Linie Titan oder auch Wächter. Ich nehme Titan. Gerade weil ich ja braunes Mana noch brauche und ich ja dann auch eine Barriere immer kriege bei drei braunen Steinen. Ja, das wäre das Team. Wollen wir mal gucken, ob es funktioniert. Und danach gucken wir uns halt auch noch mal ein Team an, was ich vielleicht anders zusammenstelle. Mal schauen. Erstmal gehen wir mal ins Erkunden und schauen mal, ob das klappt. So, gehen wir hier rein. Sünde von Marei. Level 12. Und das Tina-Team einstellen. Tina, Titan. Achso, vielleicht muss ich noch kurz das Banner überprüfen. Zweimal braun ist richtig. Gelb, Blödsinn. Da wäre zum Beispiel das hier ganz gut. Zweimal braun, zweimal braun, zweimal braun mit Blödsinn. Ne, wieder minus gelb. Das wäre auch okay. Ne, ich will rot drin haben, auch für Tesla. Ja, ich lasse es einfach dabei. Zweimal braun, einmal rot und lila nicht. Okay. Ab in den Kampf. Also, was brauche ich als erstes? Viel Mana. Natürlich ein Schutzschild oben und ich will ja so schnell wie möglich Tina vollkriegen. Den 4er nehme ich mit. Jetzt bin ich schon voll. Da ist noch ein 5er, den nehme ich mit. Und da ist Tina schon voll. Und jetzt gucken wir mal, was Tina dann macht. Aber ich nehme noch den 4er kurz mit. So, jetzt gucken wir mal, was denn Tina macht. Ihre Werte sind 90, 57. Mal schauen, wem sie Schaden gibt. Dreimal auf denselben. Der hat nur noch 60 Lebenspunkte. Schon mal nicht schlecht. Tina ist von 90 auf 152 hochgegangen in ihrem Rüstungswert. Und das bedeutet jetzt schon, dass Tesla in ihrem Schaden 221 zusätzlich macht. 221 sind jetzt eine Menge Schaden, aber noch lange nicht genug, um diese hohen Werte hier zu durchbrechen. Deswegen mache ich mal insofern erst mal noch die den, der, na, die die Uhrwerk Sphinx und gebe allen noch mal mehr Rüstung, damit Tesla danach noch mehr Rüstung macht. Zerstöre alle Edelsteine einer gewählten Farbe. Grün und braun sind am meisten. 12 und 13. Grün brauche ich. Für Tina Ich nehme mal Grün. Sodass Tina sogar schon wieder voll ist. Dann mache ich mal gleich noch mal Tina. Ja, und jetzt hat sie schon 257. Mal gucken, wie viel Schaden macht Tesla jetzt? 268. Das mache ich jetzt einfach mal, damit ihr mal seht. Zack, wie die Gegner schon reduziert wurden. Weil Tesla fügt ja auch Warenschaden zu. Das passt natürlich wunderbar mit dem Warenschaden von Tina zusammen. Okay, ich räume das Feld wieder ab, einfach um mehr Mana zu kriegen. Oh, schlecht. Mein Held ist am Verrecken gleich. Also sollte ich dafür sorgen, dass die nicht die Schädel kriegen, sondern ich die wegnehme. Meine Barriere funktioniert momentan nicht, da ich ja hier betäubt bin. Ich nehme mal die Schädel raus. Gebe allen Verbündeten noch mehr Rüstung. Und zerstöre die Farbe Rot, weil die ziemlich viel da ist. Und ich damit Tina wieder vollkriege. Setze gleich mal Tina ein. Und ihr seht, wow, das hat reingehauen. Stört mich jetzt nicht. Jetzt ist nämlich Tina quasi an erster Position. Und wenn sie jetzt Schädelschaden macht, dann macht sie nicht nur ihren 47 starken Schädelschaden, sondern ja noch zusätzlich 50% der Rüstung dazu. Rüstung liegt bei 347. Das heißt, sie macht also 173 Schaden noch dazu, zu diesen 47. Also kann man jetzt schon mal Adieu sagen, Abschied nehmen und sagen, Liebe, was bist du denn? Siebel der Lust, du wirst wahrscheinlich gleich ab über den Jordan gehen. So, jetzt muss ich nur noch die Schädel zusammenbringen oder schnell noch auffüllen. Ich ziehe jetzt mal etwas schneller durch. Hier ist es. Zack und tschüss. Also das Team funktioniert. Man kann damit rechnen, dass die erste Einheit auch mal drauf geht. Macht nichts, weil Tina an zweiter Position steht. Deswegen würde ich auch Tina nicht an erste Position setzen, weil ich sie nicht verlieren möchte. Und an erster Position kann das natürlich passieren, obwohl sie eine immer bessere Rüstung kriegt. Könnte man mal probieren. Warum nicht? Stellt man mal Tina an die Position 1 und versucht mal damit etwas zu bewirken. Probiert das gerne aus. Warum nicht? Ich würde vorschlagen, wir gucken schnell noch mal, ob dieses Team auch im PvP bestehen kann. Also gucken wir mal, gehen wir da rein und nehmen mal gleich das vielleicht schwierigsten. Ist das schwierig? Wie auch immer. Wir probieren es mal und gucken uns das mal an. Auch hier so schnell wie möglich natürlich Mana einmal eine Barriere bekommen, aber zum Zweiten auch damit Tina voll wird. Bin mir hier nicht so sicher, ob ich Tesla unbedingt jetzt noch brauche. Weil wenn Tesla angreift, macht sie 76 Schaden extra. Das ist, weiß ich gar nicht. Gucken wir uns mal an, was Tina jetzt macht. Tina fügt 31 bis 62 Waren Schaden zu und ihr seht schon, die haben 64 Leben, 87 Leben. Wenn sie zweimal auf denselben trifft, ist der tot. Jo, das war's mit dem Helden. Tschüss. Ja. Dann werde ich Edelsteine zerstören, um Tina wieder aufzufüllen und alle kriegen noch Rüstung dazu. Nehme ich mal wieder Rot. Sammle ich weiter Mana, damit Tina voll wird und Tina killt jetzt auch den letzten. Nur Varashan geht auf Leben und Schiss. also durchaus ein starkes Team, würde ich sagen. Für die ganz hohen Kämpfe, die dann kommen, zum Beispiel in der Unterwelt, bei Level 400, 500, da glaube ich, ist der Schaden dann doch zu wenig. Da sollte man dann doch lieber mit zum Beispiel dem Hochkönig, wie heißt da, Eisenbauch, glaube ich. Hochkönig Eisenbauch spielen oder so. Ich glaube, wenn die Gegner so 300 Leben und 300 Rüstung haben, bin mir nicht sicher. Müsste man mal ausprobieren, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Auf jeden Fall im PvP kommt man damit gut klar und auch, wie ihr gesehen habt, bei den Erkundungen. Für die Erkundungen ist es wahrscheinlich nicht das schnellste Team der Welt, aber es ist relativ sicher, glaube ich. Man müsste das mal über einen längeren Zeitraum testen. Könnt ihr ja dann mal machen und mal in den Kommentaren schreiben, wie das Team sich langfristig bewährt. Aber eine Sache will ich euch jetzt noch unbedingt zeigen und mitgeben, denn wenn ihr ein Team mit Tina selbst zusammenstellt, solltet ihr eine Sache noch wissen, nämlich es gibt eine besondere Klasse, die nur für die Mechs besonders gut ist. Und das ist die Mechaniker-Klasse. Die Mechaniker-Klasse hat natürlich drei Eigenschaften wie jede andere Klasse auch, aber ihre dritte Eigenschaft ist so stark. Erstmal kriegen alle Mechs zwei Leben neuer. Dann Immunität gegen Gefroren. Ja. Und dann aber alle Mechs starten den Kampf mit 50% Mana. Das bedeutet, dass Tina ja normalerweise 24 Mana braucht, um ihren Zauber zu sprechen. Da sie in der Mechaniker-Klasse startet, in der alle Mechs zwölf Mana am Anfang kriegen, braucht sie eben nur noch zwölf Mana. Das ist schon sehr stark, weil das macht das Team und Tina natürlich noch mal sehr viel schneller. Jetzt muss man gucken, ob man das der Sicherheit opfern will, denn bei Titan hat man von Anfang an ja einen braunen Sturm und man kriegt immer eine Barriere, wenn man drei braune, mindestens drei braune Edelsteine in einer Reihe bekommt. Hier bei Mechaniker hat man den Talentbaum Wächter und das bedeutet, dass man zu Beginn des Kampfes direkt eine Barriere hat. Auch nicht schlecht. Addiere 20% der Rüstung zum Schädelschaden hinzu und gib einem zufälligen Verbündeten eine Barriere, allerdings nur, wenn ein Verbündeter stirbt. Wenn also der Held an Position 1 stirbt, dann kriegt eine andere Figur eine Barriere. Also durchaus brauchbar. Jetzt nicht das Beste der Welt, aber durchaus brauchbar. Alle braunen Verbündeten erhalten zwei Rüstungen. Wäre auch was Gutes. Gib einem zufälligen Verbündeten einen Statuseffekt. Das nehme ich mal am Anfang. Also da kann man durchaus mitspielen. Ich stelle euch jetzt mal ein anderes Team zusammen mit Mechaniker-Klasse und Tina und dann gucken wir mal, ob das auch Stand halten kann. Am besten mal für PvP. So, ich überlege jetzt, was kann ich noch gebrauchen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Tina pushen will, brauche ich vielleicht nicht unbedingt Tesla mehr drin. Gerade im PvP sind die Werte ja nicht zu hoch. Urwerk Sphinx haben wir schon drin. Gibt es noch jemand, der mir Mana gibt, der Tiefenbohrer zum Beispiel. Zerstört eine Spalte und er schafft 9 braune und erhält 18 Rüstung. Er kriegt noch ein zusätzliches blaues Mana. Naja. Okay, also wenn der jetzt drin wäre, hätte ich noch mehr Möglichkeiten, Tina Mana zu geben. Es gibt hier sogar noch die Roboterwache. Die zerstört alle Edelsteine der Mana-Farbe eines gewählten Verbündeten, von Tina in dem Fall. Und gibt ihr dann noch 10 Rüstung dazu. Wäre auch eine Alternative. Sagen wir mal so. Für mich persönlich doch noch ein bisschen schwach auf der Brust hier. Die Roboterwache zerstört alle Edelsteine der Mana. Ich kann mir nicht aussuchen, das ist dann per Zufall Rot, Grün oder Schwarz. Überzeugt mich noch nicht ganz. Vielleicht, also man könnte das mal probieren. Damit kann man bestimmt schon spielen. Ich gucke aber ob es nicht noch eine andere Figur für mich gibt, die mir Mana beschaffen kann. Natürlich ist es Ragnagord. Fällt mir gerade ein. Ragnagord. Lässt 18 zufällige Steine explodieren und startet den Kampf auch schon mit 50% Mana. Hat Rot und Schwarz. Das ist natürlich ungünstig, weil er dadurch sehr geblockt ist durch die anderen Farben. Überzeugt mich jetzt nicht. Dann nehme ich den mal wieder raus. Zaubereffekt hatten wir gesagt. Edelsteine explodieren lassen, weil wir Mana gehen wollen. Die Harpie ist noch eine Möglichkeit oder die Vinnia natürlich. Gucken wir uns mal die Harpie an. Die Harpie beschwört einen Erdsturm. Wähle dann einen Verbündeten und lasse 17 Edelsteine der Mana-Farbe explodieren. Startet auch mit 75% Mana. Gibt noch die Chance, dass zu 25% eine Einheit beschworen wird. Halte ich jetzt für stärker als die Roboter-Wache und hat dann noch eine Farbe mehr. Könnte man auch hier oben hinsetzen. Vielleicht so. Oder dass sie einen braunen Sturm macht. Habe ich schwarz gesagt wieder? Egal. Dass sie einen braunen Sturm macht, finde ich sehr passend hier. Was ist mit die Vinnia? Das ist auch so eine Mana-Generatorin. Lässt alle Rote explodieren. Reinigt alle. Das könnten wir auch gut gebrauchen. Gibt ihm Leben. Leben passt nicht so zu dem Deck hier. Eigentlich passt er mehr, wenn sie Rüstung geben würde. Aber es ist natürlich eine der stärksten Einheiten generell. Weil sie auch noch einen zufälligen Status-Effekt macht, wenn man Vierer- oder Fünfer-Kombinationen kriegt. Also auch das wäre möglich. die Vinnia reinzusetzen. Aber die startet eben mit 0 Mana und die Harpion mit 75%. Ich lasse das mal so. Wir testen das mal. Also, denkt dran, Mechaniker-Klasse. Tina ist schon halb voll. Wir brauchen viel, viel Mana. Das ist jetzt alles nur um Tina rum aufgebaut. Alles soll nur dazu dienen, dass Tina so schnell wie möglich voll wird. Banner, da nehme ich, das ist doch das perfekte Banner, ist schon eingestellt, perfekt. Zweimal braun und einmal rot. Und wir gehen mal ins PVB und schauen mal, ob der Geschwindigkeitszuwachs so gut ist, dass es die, dass der mangelnde Schutz aufgewogen wird. Gucken wir mal gleich hier ein Ui, Ui. Ein heftiges Team kommt ab in den Kampf. Mal schauen. Jetzt sollte man es vielleicht nicht gerade gegen ganz heftige Teams testen, aber warum nicht? So. Okay, ich brauche Mana. Das Beste wäre Rot-Gelb wäre dann für die Harpie gut, um die voll zu kriegen. Braun, ich habe ja schon eine eine Rüstung. Braun wäre auch gut. Ich fange mal hier mit dem an, weil ich dann auch noch gleich drei Grüne nehme für Tina. Schade, ich habe hier kein Mana Surge bekommen. Deswegen brauche ich nochmal Gelb und löse das mal aus. Beschwöre einen Erdsturm. Wähle einen Verbündeten und ich will ähm die Farben sind alle ganz gut. Mal gucken, was passiert. Tina ist voll. Ich löse sie sofort aus. Ja, hat das schon mal gut reingeknallt. also gleich weiter damit. Wie gesagt, Tina muss voll werden. Das werde ich hoffentlich jetzt schon wieder schaffen. Zerstöre eine Spalte, erschaffe neun braune und erhalte 22 Rüstung. Welche Spalte also hier zerstöre ich denn am besten etwas, wo viel Rot, Grün und Schwarz dabei ist. Nehmen wir hier die Schädel mit. Und dann setze ich gleich wieder Tina ein. Okay. Und weiter geht's. Tina wird ja auch immer stärker durch ihre Rüstung. hatten wir ja schon. Und Tina ist wieder dran. Okay, ihr seht, es scheint zu funktionieren. braunes Mana. Oben ist ja mein Held voll. Das heißt, das braune Mana geht direkt auf Tina. Wunderbar. Und das war's. Ich war nicht wirklich in Bedrängnis. Also, ihr seht, auch das zweite Team hat geklappt. Diesmal ein ganz anderes Konzept. Es ging jetzt nur um Tina. Tina wurde stark gemacht, indem sie so schnell wie möglich Mana bekommen hat. Und dann hat sie die ganze Sache alleine geregelt. Ja, auch das hat funktioniert. Also Leute, habt viel Spaß mit Tina. Eine tolle Einheit. Das wird eure neue Freundin ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Liked mich. Teilt das Ganze unter den Freunden und lasst ein paar Kommentare da. Vielleicht habt ihr noch ein paar Anregungen oder so. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Euer Fando.